Anleitung zu, wie werde ich Kauffrau oder Kaufmann EFZ Bank? Folge strikt diesen Anweisungen. Deinen Vorgesetzten musst du still zuhören. Die kaufmännische Lehre ist für unentschlossene Personen geeignet. Im ersten Jahr bestehen deine Aufgaben aus, Kopierer bedienen, Kaffee bringen, Tabellen ausfüllen. Arbeit an großen Bankgeschäften ist erfahrenen Berufsleuten vorbehalten. Um deine Kenntnisse zu schärfen, fokussiere dich auf eine Abteilung. Maximiere in jeder Situation den Profit. Pflege ausschließlich einen sachlichen Austausch und respektiere die Hierarchie. Nach der Lehre sind eine Vielzahl an Bewerbungen für eine Anstellung zu versenden. Folge diesen Anweisungen und genieße die Lehre bei der BEKB.